Damit Sie Ihre Termine und Besprechungen mit Ihren Aufgaben zeitlich abstimmen können, gibt es eine Ansicht, in der Sie Aufgaben und Termine gleichzeitig sehen. Wechseln Sie dazu links unten in den Kalenderbereich und wählen Sie dort die Tages- oder Wochenansicht aus. Klicken Sie im Register Ansicht in der Gruppe Layout auf Tägliche Aufgabenliste und hier auf Normal. Die Aufgabenliste wird unterhalb des Kalenders angezeigt. Zunächst werden Ihnen hier auch die erledigten Aufgaben angezeigt. Um diese auszublenden, machen Sie einen Rechtsklick in einen leeren Bereich der Aufgabenliste, bewegen die Maus über Anordnen nach und klicken auf Erledigte Aufgaben anzeigen. Nun werden nur die aktiven Aufgaben angezeigt, also die, die noch fällig sind. Auch in diesem Bereich können Sie eine schnelle Aufgabe eintragen, indem Sie in die Aufgabenliste klicken, den Betreff schreiben und Enter drücken. Selbstverständlich können Sie auch in dieser Ansicht Ihre Aufgaben per Drag & Drop auf einen anderen Tag ziehen. Das Fälligkeitsdatum in der Aufgabe passt sich immer automatisch an. Das Fälligkeitsdatum in der Aufgabe ist auch eine schnelle Aufgabe auf die Aufgabe.